Willi Verkloppen An diesem Tag, oh ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, irgendwie 19 Uhr oder sowas um den Dreh kam der nochmal, das heißt so kennt man irgendwie Hero Zero vor Event Ende hauen die da definitiv noch ein paar raus, aber die Lichterketten, oh man da muss ich mich vielleicht ab heute echt drauf stürzen und die irgendwie mit Hero Air ein bisschen absuchen, muss ich dann eben mal schlechtere Missionen annehmen, aber was soll's. Ganz kurz, übrigens hier ist was Neues, Adventspaket, großes Adventspaket, das ist das übliche Event hier, Donuts Teil, 150 für 10, das ist glaube ich immer so, bekommt man ein bisschen mehr, es sei denn man kauft direkt, ja wie auch immer, nö, passt schon so. Also, könnte man sogar zweimal dieses hier kaufen, statt einmal das Teil für 2000, dieses Donut Paket kannst du zweimal erwerben, bis zum 6.12. Na gut, wie auch immer, aber da ich sowieso Hashtag No Donuts Spieler bin, interessiert mich das reichlich wenig. Mich interessieren die Heldennotrufe, heute trainieren, mach ich sowieso, Werbeplakate hab ich gefunden. 11 mal Wurf, was ist denn da jetzt los, warum bekomme ich immer diesen Albert Einstein hier mit seinen Wurfwaffen, jedes Mal. Schön langsam reicht's, aber ich will die nicht immer, na gut, werde ich trotzdem machen. Ansonsten, das Event, die Waschmaschine, genau, das dürfte sich noch dreimal ausgehen. 12 Stunden, das ist heute, setze ich noch ein und dann nochmal 2 Tage, auf jeden Fall. Und sollte ich's vergessen, dass das nicht passiert, werde ich direkt umspülen und zwar habe ich hier noch irgendwo ein Item, ist egal, ich nehme einfach hier irgendwas. Macht sowieso nichts, hier einfach umspülen, so, auf geht's, denn ich will darauf nicht vergessen. Mal kurz checken, ist irgendwas passiert halt gestern, was ich mir abholen könnte. 250 Stunden gearbeitet, das ist wahrscheinlich für viele relativ wenig, aber ich bin nicht so der Arbeitsmensch hier, der irgendwie sagt, okay, jetzt bin ich 1 Stunde und 10 Minuten weg, kann eine Stunde Arbeit hier rein machen und nochmal 4 Donuts. Untertags mache ich 0 Arbeit, immer nur dann vorm Schlafen gehen und da haue ich meistens nur irgendwie 7 Stunden rein, weil ich dann wieder direkt meine Energie machen möchte. So, von daher, genau, aber Arbeitsstunden, wenn man bedenkt, falscher Knopf, wie lange ist der Server schon am Start? Was, noch immer nicht bestätigt, aber 76 Donuts heißt vernascht, 39 Tage ist der Server am Start und ich habe 250 Arbeitsstunden, das ist eine sehr miese Ausbeute. Genau, das ist sogar eine sehr, sehr miese Ausbeute, aber egal, jetzt erst mal Missionen, den Stevie verkloppen, das sind doch mal Erfahrungspunkte, die ich echt genial finde, was ich auch heftig, weil ich habe hier so nachgesehen, ich bin wieder ein bisschen runtergerutscht, vielleicht, weil ich heute noch nicht viel gemacht habe oder wegen den Schurken, aber wenn man sich mal die Top-Leute ansieht, da gibt es manchmal so, ich will doch nur einmal draufklicken, da gibt es manchmal so Ausreißer, die irgendwie 500.000 mehr haben oder so, okay, 500.000 nicht, aber so 200.000, aber jetzt durch das Event, weil sich auch jeder neue Missionen immer kostenlos holen kann, ohne jetzt fette Donuts auszugeben, muss ich sagen, ist das schon relativ dicht besiedelt, das Feld, was normalerweise eben nicht so der Fall ist und da haben jetzt schon so viele Leute die Million und wir haben noch drei Tage fast, von daher, also, jo, auf der einen Seite vielleicht einfach sich da was zu holen, wegen guten Missionen, wenn man sich die Zeit nimmt, auf der anderen Seite, weil es ja jeder machen kann, da geht schon einiges, da wird gelevelt wie verrückt, wie sieht es denn bei mir aus, Level 170 habe ich erreicht und Rang 158 bin ich da durch, noch vom Level her gesehen, alles andere interessiert mich reichlich wenig, ich rüste mich mal um, so, ich habe schon in der Post gesehen, dass jemand anscheinend das volle Weihnachtsmann-Set hat, hat er gesagt, also mal schauen, dann kurz aber neue Ware blättern, wieso bekomme ich immer diese Spindel der CD-Rohlinge, Kondi, Kunstfell, natürlich, echtes würde ich nicht nehmen, Kunstfell gegönnt, denn ein echter Superheld in Hero Zero muss auch auf solche Dinge achten, Grips plus 24 plus 3 plus 25 wäre eine Überlegung wert, wäre, 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 wäre wert und mache ich, glaube ich, auch so, diese Teile verkaufen, gut, und dann würde ich sagen, ich will heute, beziehungsweise 2 Millionen, heute mache ich es, oder, alles oder nichts, heute 2 Millionen ausgeben, go, denn ich will im Sonneinsatz weiterkommen, also, 6 hours later, so, und jetzt sollte es passieren, und genau, wo ist es denn, wo ist es denn, wo sind sie, die Münzen, egal, ich gehe mal hier alles so durch, 500.000, 6 Donuts, 199, dann habe ich gesehen, eine Million, ein Staubsaugerus, Potzroboterus, und die 2 Millionen, waren das 8 Donuts oder so, 6 Donuts, Oh yeah, 205 Donuts, Hashtag no Donuts, aber Hashtag irgendwie doch Donuts, plus 13, gegönnt, sauber, das war mal ein fettes Skill-Massaker, würde ich behaupten, ich kann es nicht so sagen, wie weit die nach oben gegangen sind, aber schon ein bisschen, und damit hoffe ich, hier weitermachen zu können, kann ich noch irgendwas verbessern, nö, Begleiter, ja, und ansonsten Level her, ouch, der hat gesessen, mein Bruder, Gerüsttechniker, du wirst gleich zum Klappergerüst, oh, noch so ein heftiger, noch so ein Spruch, Nasenbruch, würde ich sagen, oh, das war easy, das war richtig easy, da muss man nicht mal klatschen, das war sowas von einfach, so Level 160, und ich bekomme einen Mini-Weihnachtsbaum, genau so groß war unserer auch, und ich scherze nicht, ich gehe immer zum, zum Typen so, zum Verkäufer, sag ihm, ich sehe mich gar nicht großartig um, ich sag ihm einfach, den kleinsten, den sie haben, und dann bekomme ich einen, für irgendwie 5 Euro, und der reicht mir, der reicht uns, mehr muss ich nicht haben, so, denn, genau, ich habe da auch im letzten Jahr ein Bild auf Facebook gepostet, das kam sehr gut an, das war ziemlich lustig, aber hey, ich habe den immer so, so, der Weihnachtsbaum ist klein, dafür sind andere Dinge größer, und damit habe ich es geschafft, der letzte bei Nicht von dieser Welt ist down, und jetzt kann ich endlich warten hier für den Endlos-Modus, aber, was ist da jetzt neu, Berne den siebten, ich bin gespannt, und 8 Donuts, ich schwimme darin, ey, ich muss dann irgendwie, keine Ahnung, ein 480-Grad-Paket machen oder so, um die ganzen Kalorien von den Donuts wieder runter zu bekommen, das ist ja nicht mehr zu fassen, das kann nicht mal der Rambo fassen, so, schön, 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 213 Donuts, ich, was, was soll ich denn mit denen machen, wenn man das echt so bedenkt, das sind schon mal 21 Wochen Missionsbooster, 21 Wochen, fast ein halbes Jahr schon, da kann ich ja auch mal irgendwie mir was gönnen und was ausgeben, nö, aber da, damit will ich erst gar nicht beginnen, denn wenn ich erst mal anfange hier irgendwie, ja, gib ich hier noch ein bisschen was aus und da noch ein bisschen was, dann, dann sind die Donuts schneller weg, als ich irgendwie Mini-Weihnachtsbaum sagen kann, so, anziehen, 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 äh, Leute, warum denke ich denn nicht mit, so, ich bleibe so und schau mir mal an, was soll denn das sein, ach, sind das Crocs? Rosafarbenen, nö, nö, auch minus, plus 10, eventuell, mal schauen, nein, warum hat der Weihnachtsbaum minus 32, schade, der wäre lustig, ja, rüste ich das Teil aus, so, Restverkauf Ferrikus, 1, 2, 3, 4, 5, und das war's, danach wieder, in meine 1A Montur, namens Kondition, Waffe raus, im Schneckenhaus und hier leckere Quests annehmen, nö, die sind jetzt alle nicht mehr so lecker, die auch nicht, die hab ich mir schon angesehen, ich brauch eine Mission, um die Missionen neu zu würfeln, 10 Minuten ist mir zu lange, hier bitte, ja, muss ich die annehmen, dass ich wieder was Neues habe, während ich in der Post vorbeischaue, genau, denn, es ist jetzt zwar kurz vor 12, aber um 12 Uhr sind keine TKs, sondern erst um 16 Uhr, das heißt, ich kann auch heute keinen Live aufnehmen, erst mal 171, zwei Anfragen, knapp daneben ist auch vorbei, und dann, Megatron schreibt, moin, hey, wie geht's, du machst, du machst, nice, Videos, kannst du meinen, bewerten, MFG, Megatron, 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 136, sehr fein, und warum keine Wurfwaffen, die gehen den Leuten immer aus, wahrscheinlich wegen, wegen Teamkämpf, und dann, denkt man nicht jetzt so, hm, Wurfwaffen und so, vergisst man, der Billy, bitte lesen, habe in meinen Adventskalendertürchen, 30 Energie und 5 Trainingsanheiten bekommen, bloß ich muss jetzt zur Schule, und bin danach nicht zu Hause, und habe die App nicht, darum schenke ich dir den Gutscheincode, das ist verdammt nett von dir, aber, die kann man nicht zweimal einlösen, das wäre ansonsten zu heftig, ich kann es jetzt versuchen, Gutschein, so, ähm, ach so, ach so, oh, ach, ach, nein, jetzt habe ich deinen Code eingelöst, ich habe den heute noch nicht, oder? Mann, das tut mir jetzt echt leid, Billy, warte mal, ich schicke dir, ich hoffe, ich vergesse nicht, ich schicke dir nachher meinen Code, den kann man nur einmal pro Account eingeben, aber, trotzdem ist es ja nett, beziehungsweise ansonsten hätte ich ihn, ich habe ihn jetzt im Video gezeigt, sowieso irgendjemand eingelöst, äh, da habe ich jetzt nicht mitgedacht, aber okay, der Tiny Titan schreibt Elfen, Elfen helfen, und zwar wem, hallo, ich, Schilling, ich habe zwei von fünf Elfen Outfit, oh, das kenne ich noch nicht, das Elfen Outfit, oh, das ist ja mal witzig, das sieht echt gut aus, jo, das sieht echt gut aus, und du bist fast in kompletter Weihnachtsmontur, Lego Set eventuell auch als Weihnachtsgeschenk sozusagen, Birkenrute, ja, das Set vom Aussehen her, macht das was her, muss ich sagen, das gefällt mir, Super Maxi schreibt, hey, ich finde dein Video ist cool, mach weiter so, ach, und wenn du gerade hier bist, wie findest du meine Stats mit einem Pfeil, falsch, schrieben, nö, ist genau richtig, egal, danke, dass du meinen Brief gelesen hast, und, ciao, deine Stats finde ich, du bist Level 10, hast einen kleinen Booster, aber hier einen großen, der ist, oh, sorry, nein, 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 ich muss mir das abgewöhnen hier, die sind ja wahrscheinlich aus den Heldentatenbelohnungen, sorry, 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 ich nehme alles zurück, YouTube 13 schreibt, neuer Begleiter, der Pingu, der Farmkarl, hab ihn sogar zweimal, woher, verrate mir das, hast du geblättert, oder wie hast du den zweimal, wie einfach mal deine Haare, das musste Fehler sein, oder, warum sieht man deine Haare hier, hm, okay, wie auch immer, so, den Farmkarl, Karl, 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 die Llamas, gib mir einen davon ab, bitte, wäre nett, wenn man die irgendwie handeln könnte, oder so, ich gebe dir, zwei Dauernerts dafür, Weihnachtsmannset plus Begleiter, vier von fünf hast du, das sehe ich mir an, oh yeah, hier hat der Mantel auch, ach, der gehört auch dazu, und das Teil hier, 3D Turbo Trust Meister Joysticks, des gewonnenen Duells, Jo, aber ich glaube sogar, dieses Set gab es beim letzten Mal schon, oder, beim letzten, im letzten Jahr, war erst auf dem Server, tatsächlich, kann man das irgendwie nachsehen, gibt es da auch so eine Player ID, wie in SF, oder so, naja, wie auch immer, spielt jetzt keine Rolle, der Matthias LP, schreibt direkt rein, Glückwunsch, ich rate mal zu 170, obwohl das kein, Glückwunsch zu 170, Dankeschön, der nächste große Meilenstein, ist Level 200, dann kann man nämlich nach Australien, glaube ich, ist die letzte Zone, Der Brothers, schreibt der Level, bis welches Level willst du kommen, boah, also 250 wäre schon ganz genial, ohne Donuts, eventuell sogar 300, aber 300 ist schon, könnte man machen, warum nicht, also mal schauen, ich habe kein Ziel jetzt so, wo ich sage, nach diesem Level höre ich auf, oder so, sondern, Hasi, schreibt Hi, ich bin mir sicher jetzt auch, über die Weihnachtsfeiertage und so, obwohl man vielleicht denken mag, Hasi, ach so, Hasi, Hasi, jetzt verstehe ich es, hast du den gezeichnet, ist aber ein hübscher, na hier fehlen ein paar Leerzeichen, vielleicht möchte man denken, so über die Weihnachtsfeiertage, hat jeder Zeit und so, man hat Ferien, aber in Wahrheit glaube ich, dass in dieser Zeit sehr viele Leute, sehr viel Energie verpassen werden, so, dank dir spiele ich das Spiel jetzt auch, kannst du mir helfen, worin ich mich noch verbessern kann, und von daher denke ich, dass, ja, vielleicht da man auch als No-Donut-Spieler, die Möglichkeit hat, ein bisschen weiter raufzukommen, im Prinzip, wie du dich verbessern kannst, das ist jetzt das Problem hier, mit den Boostern, kann man gar nicht mehr sagen, so, der ist der wichtigste, den immer aktiv halten, und, ansonsten, jo, fokussiere dich nicht so auf die Epics, ich weiß nicht, ob du die kostenlos bekommen hast, mit Level 31, glaube ich, war das bei mir nichts, weil so, nicht nach Epics blättern oder so, solltest du sie kostenlos bekommen haben, dann auf jeden Fall Glückwunsch, der Real Commander schreibt, na, immer noch on, gestern, 22.08, das ist ja keine Uhrzeit, natürlich bin ich da noch online, kannst du mir sagen, ob ich nach deiner Meinung schon gut, Klammer auf bin, Klammer zu, danke, hier ein paar Donuts, das sind aber, mini, mini Donuts, der halbe Donut, habe ich den Spruch schon mal in einem Video gebracht, hey, ich teile meinen Donut mit dir, du bekommst die Mitte, habe ich den schon mal gebracht, ich weiß nicht, so viele Videos, ich kann mich nicht mehr erinnern, 0, 0 Booster, auf jeden Fall, bei dir ist alles klar, würde ich sagen, und dieses Lego Teil, sehe ich auch gerade zum zweiten Mal, der Steak schreibt, außerordentlich wichtig, dein Level zum Zeitpunkt dieser Nachricht, 169, ist das ein Smiley, oder ein hinter, ein küssender, also wegen 69, nicht lustig, sorry, ja, ja, ah, nö, hat er jetzt nicht gebracht, oder, geht besser, so, Lichterkette, genau, um die muss ich mich ja kümmern, Lichterkette heißt es so, wie auch immer, One-Shot-Kill, da bin ich mal gespannt, ob du in Hero Zero einen One-Shot-Kill hinbekommst, ich wünsche dir weiterhin viel Glück und Erfolg, bei deiner YouTube-Karriere, bleib wie du bist, bist meiner Meinung nach ein sehr sympathischer Typ, ich hoffe, du und deine Familie bleibt gesund, Deutsch Professor Schilling sagt, bleiben gesund, heißt das dann, aber, danke für die netten Worte, wir werden auf jeden Fall gesund bleiben, und Torten essen, aber mit Torten wird man wahrscheinlich nicht gesund bleiben, je nachdem, kommt auf die Dosierung an, alles eine Frage der Dosierung, ciao, okay, Louis12 schreibt, hi, deine Videos sind so geil, Frage von Dagi, Dagi, schaut sich meine Videos an, hey Schilling, habe gerade erst mit Hero Zero angefangen, kannst du mir sagen, welche Werte am wichtigsten sind, am wichtigsten, Krips und Intuition, oder die Intuition, genau, am wichtigsten, Krips und Intuition, am zweit, beziehungsweise, am drittwichtigsten, Kondition, und am viertwichtigsten, Kraft, so, ganz stupide gesagt, Walter Frosch, könntest du meinen Account mal im Video zeigen, mit freundlichen Grüßen, was hast du denn, über 2000, 9000, ich dachte jetzt irgendwie, du hast 9000 Stats, oder so, da hast du mich aufs Kreuz gelegt, oh, Moment mal, ach, die Skiller, du bist Stufe 4, verstehe, du machst hier so, nur Trainingseinheiten, und so, finde ich aber lustig, Moment, da sehe ich mir das Team an, denn sowas habe ich selbst mal gemacht, auf einem anderen Server, so, Skill mal, ach so, oder doch nicht, macht ihr das, oder nicht, wieso ist hier einer mit Level 15, auf jeden Fall, wem langweilig ist, und wer nur wenig Zeit, reinstecken möchte, man hat zwar nichts davon, aber Spaß an der Freude, kann man sich in den Charakter stellen, Level 2, nach dem Tutorial ist man Level 2, und danach nie wieder, XP holen, ach so, dann kann man den täglichen Login Bonus, auch gar nicht abholen, weil dafür bekommt man ja, XP, aber auf jeden Fall, früher ging das, und dann konnte man als Beispiel, mit Level 2, irgendwie Level 20er Gegner besiegen, war ganz lustig, erfordert nicht viel Zeit, einfach Arbeit pro Tag reinmachen, paar Trainingseinheiten, ein Alpaka schreibt mir keinen Betreff, da bin ich jetzt aber traurig, Alpaka ist an die Macht, wie konntest du keinen Betreff schreiben, wahrscheinlich nur ein Leerzeichen rein, oder so ein Sonderzeichen, okay, lag ich ein bisschen falsch gestern, Schurke um 20.44, also irgendwann so um 8 Uhr, kam er schon um 7, ich weiß es nicht, da war der Schurke, Moment mal, Schurke, Schurke, ich habe ja beim letzten Mal, so einen kleinen Scherz gemacht, Grinch, so 20.02, Ramon B. war der Erste, Glückwunsch dazu, First Easy, woher wusste du sogar, dass du Erster bist, nice, 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 ich habe aus Spaß und Freude gesagt, der, der mir die erste Post schreibt, bekommt den goldenen Donut des Tages, wenn Schurke da war, und so kann ich sozusagen, die Schurkenpolizei spielen, und dann immer auch im Video sagen, wenn, wann, wann Schurke da, wenn ein Schurke da war, und so, also gestern 20 Uhr nochmal, und eben, während ich ein Video gemacht habe, die ist auch sehr fein, und dann hier war ein bisschen zu langsam, aber, uh, 20 Uhr 3, 4, so wie Photoshop ungebaut, da war auf jeden Fall das Feld dann dicht besiedelt, das war aber ein Schurke, der war 3 Stunden oder so da, der hat ein bisschen länger gedauert, wenn mich nicht alles täuscht, so, das heißt, diese ganzen Schurken Nachrichten, kann ich mal überspringen, beziehungsweise, den zweiten lese ich auch noch vor, 3 Punkte, okay, aber wollte einfach schnell sein, Notris schreibt, hallo, habe heute angefangen, wollte fragen, ob du meinen Challenge schauen könntest, aber nur ganz kurz, und ist schon wieder vorbei, heute angefangen, und du hast schon das Weihnachtsmannkostüm, Dieter Bohlen, ich bin neu hier, und habe schon alle deine Videos, mir angeschaut, hier sind für dich als Belohnung Donuts, Dankeschön, dafür Dieter Bohlen, dich kennt man, du bist weltweit bekannt, von der Trainingseinheit, da gibt es nämlich den Dieter Bohlen Test, steigert der die Ausdauer oder so, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, zum Trainieren der Dieter Bohlen Test, jo, ich würde sagen, das Video ist am Ende angekommen, 213 Donuts, sowas sieht man gerne, ich bedanke mich fürs Zusehen, und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.